hallo liebe rambatsammer tv freunde ich begrüße euch beim nächsten video deal und ich habe auf eure anfragen reagiert wir machen noch mal ein bisschen licht wir hatten ja die schöne bowl schon in einem deal jetzt gibt es eine wand oder deckenleuchte wieder von hightronic guck mal da hat der müller schon mal drauf geleuchtet das ist ein richtig geiles teil das müsst ihr euch mal anschauen hier schön glas und guck mal da sind die leds schon drin wie geil ist das denn und das macht ein richtig schönes geiles licht haben wir einmal die große lampe hier ich brauche mal zusammen die machst du unter die decke und dann brauchst du hier bloß da wenn man die unter die decke schreibt hat einmal verdrehen und dann hält die unter der decke sieht richtig schön das kann man an die wand machen oder als deckenleuchte wie man es gerade will einfach kabel anschließen gibt es aber die große hier und die kleine die große hat 800 lumen bei 2900 k und die kleine hat 430 lumen auch bei 2900 k heißt warm weiß wird über 230 volt angeschlossen netzteil ist da drin die leds sind da drin es ist alles fertig zum anschließend guck mal nur 13 watt und die hat nur 8 watt haben aber haltronik mal gegoogelt die große kostet 75 euro die kleine kostet 50 euro so circa plus versand weiß der geiler bei uns hier im laden kostet die eine 20 und die andere 15 macht 35 ich mache euch heute mal für beide lampen die kleine und die große mache ich euch heute 33 33 versand kostenfrei non loss versandt ihr zahlt also weniger als die hälfte des online preises jetzt ganz einfach vorne hinten oben und klicken und bezahlen dann ist der deal unterwegs zu euch bis bald bei rama zama tv